Für eine gute Currywurst muss man nicht zum Imbiss laufen, sondern Apfelmus mit Paprikapulver, Currypulver und Ketchup vermischen und man hat schon seine Currysoße. In die Soße kann man auch andere Dinge mit rein machen. Ich mache es auf jeden Fall so. Jetzt brauchen wir noch die Wurst. Die braten wir von allen Seiten an, bis sie so aussieht und dann schneiden wir sie in kleine Stücke und am besten nicht auf dem Teller wie ich. Für den echten Currywuden-Vibe würzen wir die Pommes mit Pommesgewürz. Das kommt dann zu der Wurst mit der Soße. Auf jeden Fall zu wild.